Ein Spätnachmittag am Chiemsee. Ich stehe neben einem bedeckten Boot mit einer kräftigen blauen Abdeckung. Und hier das abgestandene Wasser, der Rest des Schnees, geschmolzenen Schnees vom Winter. Auch dieses Boot kommt bald wieder in Einsatz. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie schon angefangen oder fangen Sie an zu sporten, sich stark zu machen, fit zu machen? Wie das genau geht, erfahren Sie von mir. Was es Neues dazu gibt in der Wissenschaft und was Ihnen die Schulmedizin nicht verrät. Das erfahren Sie von mir auf meiner Homepage hier unten. Da tragen Sie sich ein für ein Newsletter und Sie erfahren alles, was am neuesten für Sie wichtig sein kann.